Manchmal muss man einfach nur ans Meer fahren, um glücklich zu sein. Das Ostseehotel Willen im Park empfängt sie zentral gelegen im Kaiserbad Bansin auf der Ostseeinsel Usedom ankommen loslassen und den Alltag vergessen. Ein Gefühl, das so lange bleibt. In unserem Ressort befindet sich das Haupthaus, eingebettet in die Parkanlage, als Ensemble mit den im Stile der berühmten Kaiserbäder Architektur erbauten Villen. Eine grüne Insel am blauen Meer. Das Seebad Bansin bietet ihnen die ideale Ausgangslage für Ausflüge in die drei Kaiserbäder, in die polnische Stadt Swinemünde, in den Inselnorden oder in das verträumte Achterland. Mit dem Fahrrad lässt sich die Insel Usedom übrigens besonders gut erkunden. Fernab der Hauptstraße genießen sie die Usedomer Seenlandschaft und die glückliche Wälder, ohne die gesund anmutende Ostseebrise zu verlieren. Eine erholsame Sinnesreise mit entspannten Stunden voller Wohlbefinden und Ausgeglichenheit garantieren unsere elf Wellness-Mitarbeiter im Anconia Spa. Erleben sie ein unvergessliches Wellness-Erlebnis und spüren sie die Wärme, Natürlichkeit, sinnliche Düfte, Ruhe und das exklusive Ambiente des modernen Anconia Spa. Diequi心 Ja geht weiter. T54 Mit bis zu 30 Grad Wassertemperatur lädt der Außenpool nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über zu Spiel, Spaß und Entspannung ein. Ob beim Abendbuffet, beim romantischen Candlelight Dinner oder à la carte im mediterranen Restaurant Chigolo, lassen Sie sich kulinarisch von uns verwöhnen. Ein perfekter Urlaubstag lässt sich hervorragend in der Lobbybar Piccolino, in der beliebten Tanz- und Cocktailbar Bar 59 oder in der gemütlichen Cognac- und Zigarrenlounge vollenden. Ankommen, loslassen und den Alltag vergessen – im Ostseehotel Willen im Park auf der Sonneninsel Usedom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017